Hallo Leute, da seid ihr ja wieder. Wir sind hier gerade in der Arena unterwegs. Altes römisches Amphitheater. Wie versprochen seht ihr jetzt, wie es hier aussieht. Wir sind hier in der Arena. Wir sind hier in der Arena. Wir sind hier in der Arena. Untertitelung des ZDF, 2020 So, neue Tag hier in Verona Wir sind gerade auf dem Weg zum Bahnhof Und dann geht's zum Gardasee So, sind am Gardasee angekommen 20 Kilometer von Verona ungefähr Und hell ist das Wetter hier Wir sind gerade auf dem Weg zum Bahnhof 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 Oluft Wir sind gerade auf dem Weg zum Bahnhof Hier am Gardasee treffen sich alle Nationen, hier findet ihr Holländer, Briten, Russen, Kroaten, Deutsche natürlich, Österreicher, hier ist alles dabei. Lohnt sich auf jeden Fall herzukommen, hier ist die schöne Gegend hier. Moinsen! Ich gucke euch das hier an, was die hier haben, Mann, Mann, Mann. Cannabis ist übrigens legal in Italien, aber nur so eine geringe Menge, dass der Konsum praktisch wirkungslos ist. Vor uns geht jetzt zurück nach Verona, falls euch die Stadt hier gefallen ist, Pechera del Garda, kommt her. Haut rein, bis zum nächsten Vlog, tschüss!